Musik 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 Schon naht sich der Fürst der Hölle, mit ihm Lord Radwen, der ihm verfallen ist. Musik Musik Dieser hier, der schon verfallen in unserem Dienste ist, wünscht noch eine kurze Frist unter den freien Menschen zu wallen. Musik Sein Begehren sei bewilligt, wenn er seinen Schwur erfüllt, wenn bis künftige Mitternacht er drei Opfer uns gebracht. Für drei Bräute, zart und rein, soll dem Vampyr ein Jahr bewilligt sein. Musik Ratwen schwört, diese Forderung zu erfüllen. Auf seinen Wink entweichen Hexen und Geister. Musik 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 Musik